Hi Leute und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013 in der Mod-Ecke mit mir, McManious. Ja und diesmal, ich möchte euch nicht den Zubringer hier vorstellen oder da hinten die Traktoren oder den Gülle-Anhänger oder den Gülle-Zubringer oder was weiß ich oder die Andock-Station. Nein, es ist nur ein ganz kleiner Mod und zwar gibt es eine ganz kleine Neuerung, die hat mir aber ziemlich gut gefallen und zwar das PDA. Okay, da gab es ein Upgrade. So, da haben wir jetzt hier quasi so ein bisschen in jedem Menü, wenn wir durchklicken, haben wir den Hintergrund etwas verändert. Sieht eigentlich ganz stylisch aus, fand ich. Ist mal was anderes wie das olle Grün, was standardmäßig immer drauf ist. Und ja, ansonsten Neues gibt es nichts im PDA, aber die Ansicht ist eben hier verändert. Das ganze Design ist etwas verändert. Mir hat es ziemlich gut gefallen, deswegen habe ich mir gedacht, zeige ich es euch einfach mal. Den Video-Link dazu oder den Download-Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, wenn ihr das auch haben wollt. Und ja, lasst mir einen Daumen da. Für die, die neu sind, abonniert, schaut mal auf dem Kanal vorbei. Und das war es auch schon wieder mit dieser Mod-Verstellung. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss. Und das war es.